... ein fantastischer Fußballer und wir drücken den Lied auch gegen das Erntag. Wieder auf der rechten Seite ganz gut gegangen oder auf der rechten Seite, es ist egal. Herzlich Willkommen mit der 37. Erik Jürgen! Ja, der Abner fehlt jetzt zwar, wir sollten jetzt noch dicken, für den Fuß nach Brasilien-Chemions-Mitglied am Bram. Sie sind heute deshalb nicht da, mit der 6. Weltmännerung mit der 21. Matthias Gipta! Weiter geht's mit unserem Mittelfeldspieler. Hier groß geworden, kurz weggegangen und haben festgestellt, dass es nicht doch am schönsten ist. Wir sind so froh, dass er wieder hier ist. Und der Spieler mit der Nummer 1.